Live aus dem kurfürstlichen Schloss zu Mainz. Hier, ähm, warte mal, nee, Quatsch, wir sind doch ganz woanders. Ähm, Dings, ähm, mach doch mal. Ja. Live aus dem kurfürstlichen Kutz zu Mainz. Hier ist der SSC des GCV. Bei unserem Stehung Vision Song Contest treten die besten Songs aus der Mainzer Fassenacht gegeneinander an. Und ihr entscheidet, wer gewinnt. Herzlich willkommen. Hier sind eure Gastgeber Christoph Seib und Thomas Becker. Sehr schön. Ihr seid ja Wahnsinn. Meine Lieben, herzlich willkommen zum ersten SSC. Zum ersten Stehung Vision Song Contest der Welt. Für Kunsenum, die Schnörre, es war klar. In Mainz wird schon immer sehr gern gesagt. Denn am Rosenmondach die Sonn heller. Das Wetter ist schön, das ist gewiss. Weil der Herrgott im Himmel ein Mainzer ist. Und liebst du mich so wie ich dich, lieb ich dich so wie du mich. Lieben wir zwei uns dabei, haben wir ne Liebelein. Unglaublich. Das war noch, das war noch Zeit, Thomas. War das ein unverarbeitetes Kindheitstrauma? Oder was, was, bist du einfach nur einmal falsch abgebogen? Dann sind wir wieder hier. Und dann ist es wieder schön. Dann ist alles wieder gut. Und dann Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Uniform Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Uniform Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Uniform Ich hab, ich hab, ich hab Uniform Wir dreht ja im Jahr eigentlich nur an der Stehung und am Kellerwischfest, das war's dann auch Grüll schaffst im Hähnchengrill von Dreis Seit du sehr, Hähnchengrill von Dreis Selbst nach dem After-Welt-Wochen Ist lange noch nicht Schluss Denn ich hör den Nachalamat Vom Lied der Tinnitus Ich hab Konfetti in der Blutbahn Und mein Schlaf, wo weiß der Lauf Ich lass es rocken, ich will schunkeln Von Kiel bis Oberammergau Ich hab Konfetti in der Blutbahn Und in Tutsch sing ich mit Für Singen und für's Feier Hab ich ein Zähnchengrill Ich hab Konfetti Wir haben ebenfalls den größten Mainzer Fernsehsender Europas Um eine fachkundige Einschätzung gebeten Ne, es war ganz klare Gesellschaftskritik Es ist eigentlich eine ganz große Satire-Nummer, die bis heute keiner verstanden hat Sie allein können heute hier entscheiden, wer gewinnt Genau, wer Der Beste ist von diesen zwölf angetretenen Und werden dann in diesem Falle 11.111 Euro an die A spenden Das ist unglaublich Lieber Michael Ich habe mit vielem gerechnet Damit absolut nicht Und ich kann nur sagen Danke, 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 danke Hei, 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 wer wird's werden? Der Erste Doppelbock Mombach auf Platz 1 Mombach auf Platz 1 Mombach auf Platz 1 Oheey Hey Mech, sluxe meg mech So lang's det nech noch belieste roll' Mech, sluxe meg mech So lang's det du něk venk was duup' Mech, sluxe meg mech und krieg die Welt in Rekord kraft. Mensch, bleib mit, mein liebes deutsches Mensch.